So, jetzt bin ich, ähm, Mountain George, ich weiß auch nicht, was es ist. Mal gucken. Oh, Mann. Ich hasse Mutanten. Verpiss dich. Ich habe viel Seismic Aktivität. Der Röcke muss sich etwas haben. Seismic Aktivität? Oh, shit. Missed. Oh, wie kann das sein? Nicht aufgedrückt. Ah. Freie Bahn für Ego-Ding. Yo. Was war das? Los, weiter, 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 weiter. Ich muss noch abspeichern. Oh, stopp, 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 stopp. Oh, schau. Und, hups. Oh, nicht so weit, nicht so weit. Tschuldigung. Hab ich mich kaputt gemacht? Nein, es tut mir leid. Ich hab den Führerschein noch nicht gemacht. Und was mach ich denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss nicht schnell weg auf Fahrerflucht. Ich mach jetzt schnell Fahrerflucht. Ich kann nicht bremsen. Entschuldigung, ich kann nicht bremsen. Oh man, das ist so schwer. Entschuldigung. Oh shit, das wollte ich nicht, tut mir leid. Oh man, das ist so schwer. Oh man, das ist so schwer. Ich würde ihn nicht auf dem Alarm kommen, wenn ich dich wäre, Blaine. Danke für die Worte, JC. Ich habe keine Ahnung, wie er so eine schlechte Sache hat. Ich habe nur versucht, zu helfen. Aufhören. Er ist hier. Ähm, was heißt das bitte schön? Er ist hier. Fick dich, du fette Schwein. Ich töte deine Mutter. Entschuldigung, wir wollen mal schnell vorbei. Ja, Mark. Was kommt, was passiert jetzt, was passiert? Ja, jetzt auf einmal, ne? Das gibt's ja nicht. Oh, was kommt da? Ah, mein Blatt ist jetzt so eine Pussy mutiert. Kleine Kinder, sollten die Specs mal wegschauen. Oh. Finally, I have my little secret admirer in hand. Such a sweet little creature. My imagination is just running wild with all the things I can do with a specimen like this. All I've had to work with is drug addicts and inferior men. Now I have a specimen I can derive real satisfaction from. Buy me a flung, you friggin' bitch. Oh, we'll have plenty of time for that later. Guards, take him to Area 57. Ein Mutant? Oh Gott, dieser Mutant ist bled. Nein! Was hat sie mit mir getan? Was hat sie mit mir getan? Nein! Okay, was weiter passiert, fette im nächsten Part. Ciao!